Du den Direktor, der Schüler Niednagel begehrt, sie zu sprechen. Sie soll nicht immer begehrt sagen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Was hat der Niednagel gesagt? Ist der Alte drin. Wohl wahnsinnig geworden. Ich habe das nur gesagt, weil ich so eine Sauwut habe. Mäßigen Sie sich. Jawohl, Herr Wurstundrich. Aber doch nicht Sie, er. Verschwinden Sie. Ich denke gar nicht daran. Ich habe eine Beschwerde vorzubringen. Doch nicht Sie, er. Ich? Ich habe überhaupt keine Beschwerde vorzubringen. Das steht mir ja gar nicht zu. Trottel. Was? Doch nicht Sie, er. Er. Raus. Ich? Ja. Raus? Doch. Achso, ja. Also was haben Sie vorzubringen? Herr Professor Blaumay hat uns für die lateinische Klassenarbeit nicht die vorgeschriebene Zeit gelassen. Das darf er gar nicht. Das ist ein Verstoß gegen den Erlass HL, römisch 3, Strich 92.